hallo und willkommen zu einem neuen video und heute zeige ich euch von hybrid liegen die letzte spc beziehungsweise sieben meilen stiefel start elf und alle neuner habe ich alles schon hochgeladen jetzt kommt noch high five die letzte spc ja und dann war es nicht mehr beteiligt liegen halb nation falls ihr die lösungen davon wollt oder beziehungsweise haben ja vielleicht wenn ihr haben wollt könnt ihr auch gerne auf meinen kanal schauen habe ich auch schon alles hochgeladen und ja bei der spc kurz dazu gesagt könnt ihr wieder eins zu eins jeden spieler den ich hier gekauft habe nachbauen und ja braucht auch keine lokalität oder sowas die nachkauft habt ihr automatisch genauso viel weg ich habe zwar einen spieler auf erstbesitzer aber das spielt keine rolle könnt ihr ja daran sehen dass wir 91 chemie haben wir brauchen aber gerade mal 80 beim kenny also bei dem spieler hier kennen da ist man das problem ist ziemlich also etwas teurer ist aber dagegen kann man nicht wirklich was machen und deswegen ja einfach ihn kaufen so sollte mit der einzige seite sein der etwas teurer ab und zu meist aber den george molina ist auf jeden fall auch ein billiger spieler soll sollte ich immer bis zu 1000 münzen kosten das ist nämlich auch relativ gut es hätte so wenig kostet und einmal noch der letzte spieler für die spc dann könnte ich jeden fall perfekt abschließen raffin ja und ja war es mit dem video falls die andere lösung baut einfach die anderen videos abchecken und dann würde ich sagen haut rein und ciao